Ganz besonders ist an der Hansgrohe Maitre Select, dass man eben flexibel sie auch handhaben kann. Der Knopf obendran ist super praktisch. Man kann ihn auch mal schnell eben mit dem Ellbogen an- und ausmachen. Hansgrohe ist natürlich ein Begriff. Es steht für Wertigkeit, es steht für etwas Besonderes. Die Marke Hansgrohe bedeutet für mich Design, Forschung, Exzellenz, Qualität. Básicamente sind die Begriffe, die zu meiner Küche sind. Evidentemente sind sie auch familiär. Dieses Kochen, das muss man spüren. Das ist etwas, was man leben muss. Zum Leben gehört Tanzen dazu, da gehört Freude dazu. Und das dann auch noch wieder zu sehen, wie das aussieht, die Bewegungen in dieser Lichtkunst. Total spannend. Also es hat mir echt viel Spaß gemacht. Die Wahrheit ist, dass der Knopf ist ein Grunde, aber es kann sich manchmal in ein Inspirator werden. Und das ist die Technologie, die die Desktopste ist, die den Gifo zu verabschieden. Das ist, dass der Gifo zu machen, die Fähigkeiten, die Gifo zu machen. Ojalá la tecnología SELECT funcione de igual manera para todo, o sea, que sea todo tan sencillo, al final se trata de hacer la vida fácil y los mecanismos, que la propia automoción de los mecanismos sean como un simple botón, que todo funcione con la precisión de apretar un botón.